Ein wirklich sommerliches Brommigeflüster heute am Start. Meinen tollen Hintergrund haben wir ja und am liebsten wäre ich da jetzt auch und ich denke mein Interviewpartner heute bestimmt auch. Vielleicht hat er ja die Flossen noch an, ich weiß es nicht, letzten Sonntag noch bei immer wieder Sonntags, da hat er ja kräftig getaucht und olympische Disziplinen abgelegt. Ich sage einfach mal Hallo und herzlich guten Tag oder guten Morgen. Wir sind zu früher Stunde verabredet. Norman Langen mal wieder. Hallihallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass wir uns endlich nochmal sprechen und vor allen Dingen sehen auch. Genau. Letzthin hatte ich mal einen Teil vom Duo mal wieder im Interview, nämlich die Nathalie Holzner. Zusammen hat es leider nicht funktioniert. Ich hätte ja euch gerne mal zusammen gehabt, denn das war eine tolle Nummer eigentlich, die du letztes Jahr sozusagen mit ihr hingelegt hast. Ja, das war eine absolut tolle Nummer und wir haben ja auch einige Auftritte zusammen gemacht, zuletzt noch vor drei Wochen und es macht immer wieder Spaß, zusammen mit einer Duettpartnerin auf der Bühne zu stehen und einen Titel zu performen und wenn es natürlich so ein Brecher ist wie Besser ohne dich, dann macht es doppelt so viel Spaß. Aber Nathalie ist natürlich wirklich auch ein Wirbelwind und die weiß genau, was sie da oben tut und wie es funktioniert. Und dein aktueller Titel, da kommen wir nachher gleich intensiver drauf zu sprechen. Warum hast du nicht Ja gesagt? Hat sie nicht Ja gesagt für eine Fortsetzung oder macht ihr mal wieder ein Duo zusammen? Das werden wir tatsächlich immer wieder gefragt, ob wir nochmal ein Duett zusammen machen, weil das halt wirklich so gut ankam. Und wir haben auf jeden Fall nicht Nein gesagt. Ja, also wir sind natürlich in erster Linie Solo-Künstler und mal ein Duett zu machen ist natürlich was ganz Besonderes und macht auch riesigen Spaß. Aber jetzt haben wir uns erstmal wieder darauf bedacht, auch unsere eigenen Singles nach vorne zu bringen, was aber nicht ausschließt, dass vielleicht in irgendeiner naher Zukunft oder weiter Zukunft dann doch nochmal eine Zusammenarbeit stattfindet, weil es halt auch wirklich riesigen Spaß macht und unsere Stimmen auch einfach super harmonieren. Es macht richtig Spaß zusammen zu singen. Ja, also es war wirklich eine tolle Nummer, genau. Und gestern oder beziehungsweise den letzten Sonntag, bei Immer wieder Sonntags, hast du ja deinen gerade eben aktuellen Titel, Warum hast du nicht Ja gesagt? Ist das so ein Gegenstück zu Roland Kaiser und Maite Kelly oder kam da die Idee her? Tatsächlich war das ein Zufall. Also der Song wurde geschrieben von Tom Marquardt, der ja in der Vergangenheit viele Songs für mich geschrieben hat, weil er genau weiß, was ich stimmlich kann, worauf ich so stehe, welche Geschichten ich erzählen möchte. Und wir haben uns den Song angehört, den Text durchgelesen und zuerst hieß die Zeile, warum hast du es nicht? Und dann hat dann irgendjemand, und ich kann dir gar nicht mehr sagen, wer es war, im Team gesagt, warum sagen wir nicht einfach, warum hast du nicht Ja gesagt? Weil das singst ja auch. Und da haben wir uns angeguckt, waren direkt begeistert, weil wir natürlich auch mit dem Gedanken gespielt haben, dass dann auch bei den Anmoderationen genau mit diesem Vergleich dann auch gespielt wird. Und es ist tatsächlich so, dass sobald ich auf die Bühne komme und diesen Titel performe oder irgendeine Moderatorin oder einen Moderator, ja, mich ansagt, dass zum Thema wird, dass es nicht um Malte Kelly und Roland Kaiser geht, sondern das ein eigenständiger Titel ist. Und somit haben wir ja ein bisschen, ja, die Gerüchteküche auch entfacht, sage ich jetzt mal. Ganz genau, ganz genau. Ja, aber ich glaube, sie kommen ganz gut an, wie man auch gesehen hat. So das Live-Publikum war gestern, glaube ich, ganz gut begeistert und hat auch entsprechend mitgemacht. Ja, also man muss wirklich feststellen, wenn man draußen ist, auf der Bühne unterwegs ist, dann hast du ja das direkte Feedback und man muss wirklich sagen, dass, warum hast du nicht ja gesagt, super funktioniert und die Leute halt auch direkt dabei sind. Aber ich muss auch zugeben, wir haben ja auch ein bisschen getrickst. Und zwar ist es ja so, dass oftmals Titel sehr gut ankommen, wenn unterschwellig da irgendwas im Titel stattfindet, was die Leute nicht direkt hören, aber was sie irgendwie mit etwas assoziieren. Und wenn man mal genau hinhört, und das kann man ganz besonders gut am Anfang des Titels hören, dann spielt die Gitarre und dann hat man nämlich den alten Titel I promise myself direkt im Ohr. I promise myself, I promise I wait for you. Ja, und damit haben wir natürlich gespielt, aber die Leute, die kommen nicht direkt drauf. Jetzt wissen sie es natürlich. Aber wenn ich anfange mit diesem Titel, dann denken sie, irgendwie, irgendwo kenne ich das ja. Und dann sind sie direkt dabei und hören auf. Ja klar, so kleine Aufmerksamkeiten braucht man natürlich, ganz klar. Und natürlich haben wir jetzt Hochsommer und Olympia. Deswegen sehe ich so aus. Ja, bei euch mal wieder sonntags auch gesehen. So eine Abkühlung da im kühlen Nass hat ganz gut getan, oder? Bist du eine Wasserratte irgendwie? Ja, also schon. Es hat ganz gut getan. Es war tatsächlich eine Herausforderung. Man denkt sich ja, ach, das ziehst du hier so eine Monoflosse an. Das wird ja so schwer nicht sein. Aber Pustekufe. Man braucht wirklich viel Luft, weil man sich natürlich auch da bewegt und vorankommen muss unter Wasser. Und ich selber war, glaube ich, selber sehr überrascht, was man da doch auch für eine Disziplin haben muss. Weil die Meriam, die mir das da ja beigebracht hat und gezeigt hat, ja wirklich auch ganz tief schwimmt oder taucht eigentlich. Und das ist ja eine richtige Sportart auch, die auch immer mehr Männer jetzt machen. Und nach letzter Woche Sonntag weiß ich auch sehr gut, warum das so ist, weil es auch einfach total anstrengend ist. Und eine Wasserratte bin ich auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich vor einigen Wochen bei uns im Garten für unseren Sohnemann hauptsächlich einen Stahlbandpool aufgebaut. Es war gar nicht so einfach. Also jener, der sowas mal vorhat, Notiz am Rande, ist nicht so einfach, wie man sich das denkt. Und der erwartet natürlich schon vom Papa, dass ich immer mit reinkomme. Und auch er will immer eine Taucherbrille anziehen und mit mir tauchen. Und ja, also ich bin schon eine Wasserratte und war ja tatsächlich als Neun-, Zehnjähriger im Schwimmverein und habe auch Wettkämpfe geschwommen. Also in frühester Kindheit, sagen wir mal, da war ich schon im Wasser unterwegs. Sehr schön. Und welche Abzeichen? Seepferdchen, Gold, Silber, Gold? Genau, alles mitgenommen. Alles mitgenommen. Und natürlich die Urkunden, die ich damals bekommen habe als kleiner Bube, die habe ich jetzt noch in meinem Ordner abgeheftet, weil das damals so eine tolle Sache für mich war. Da kann ich mich nicht übertrennen. Ich glaube, ich muss auch mal irgendwo nochmal schauen. Irgendwo gibt es die bei mir auch noch mit Sicherheit. Ja, richtig. So was verhält man einfach, ne? So ist es, genau. Es sind so kleine Kindheitserinnerungen dann einfach auch dran, ne? Ganz genau. Genau, richtig. Ja, und dann gibt es bei dir viel zu tun, wie du gerade auch im Vorfeld erzählt hast. Nach der Sendung ging es auch gleich wieder weiter für dich, gell? Genau, richtig. Also ich bin im Prinzip vom Pool direkt ins Auto. Sonst ist es aber immer wieder sonntags so, dass man da gerne noch eine ganze Weile bleibt und Fotos macht, Autogramme schreibt. Das konnte ich diesmal gar nicht, weil es dann direkt nach Paderborn ging. Da ging es dann abends wieder auf die Bühne und dann war es dann halt so. Zwei Uhr nachts war ich dann zu Hause und um sieben Uhr war der Kleine natürlich dann direkt wieder da. Mein großer Schatz, meine Frau war schon wieder Richtung Köln zur Arbeit und ja, das heißt dann eine kurze Nacht. Das sind halt die Unterschiede, die man halt zu gewissen anderen Jobs hat. Wir haben auch so eine Art Schichtdienst, aber nicht ganz so regelmäßig, wie jetzt zum Beispiel die Krankenschwester oder der Krankenpfleger oder der Speiser in der Werkstatt. Ja, das ist bei uns ja mal so, mal so. Genau, also es wird nie langweilig, auf keinen Fall, ganz genau. Genau. Ja, und neben Singerei, beziehungsweise neben der ganzen Musik selbst, kommen jetzt neue Aufgaben auf dich zu, denn du moderierst auch. Richtig. Also tatsächlich bin ich Anfang des Jahres von RTL ab, meine Schlagerliebe angesprochen worden, ob ich mir vorstellen könnte, ein paar Sendungen mit ihnen zu machen, Live-Aufzeichnungen von Veranstaltungen zu starten oder aber auch gesetzte Sachen zu machen, die dann aufgezeichnet werden, wie zum Beispiel Ranking-Sendungen. Und ja, da habe ich natürlich erstmal überlegt, soll ich das machen, schaffe ich das, ist das überhaupt was für mich? Und ich habe mich darauf eingelassen, zusammen mit der Steffi Bruns von RTL, die ja hauptsächlich bei dem Magazin auch für die VIP-Geschichten zuständig ist, ja, mache ich die Sendungen tatsächlich. Meine Premiere war die Waldbühne Berlin mit 22.000 Live-Zuschauern und einem megamäßigen Line-Up bei der Schlager-Nacht des Jahres. Und das wurde ja dann tatsächlich vor zwei Wochen und 20.15 Uhr bei RTL ab, ausgestrahlt. Und es folgen jetzt natürlich weitere Sendungen, wie zum Beispiel die Ranking-Sendungen, die Lieblingsurlaubssongs, die schönsten Liebessongs. Und wir werden am 13.09. in Wittenberge tatsächlich die nächste Meine Schlagerliebe-Live-Sendung aufzeichnen. Dafür gibt es auch noch Tickets, da kann man gerne auf meine-schlagerliebe.de gehen und sich mal informieren, ja, ob das passt vom Termin her, wo man die Tickets herbekommt. Und vorbeikommen, denn da werden wir zum Beispiel auch wieder den Michael Holm dabei haben. Ganz, ganz viele tolle Künstler, jüngere wie ältere, die einfach da ihr Bestes geben. Und ich denke, wir werden eine schöne Party machen können. Und das Ganze wird dann auch wieder aufgezeichnet. Und ich denke, das wird eine Megasause. Das denke ich doch auch, weil ich sage auch, Michael Holm ist ja wirklich einer der letzten Urgesteine des deutschen Schlagers, die wir so noch haben. Wenn wir so die Hinparadenzeit zurückdenken, mit Dieter Thomas Heck. Und ja, ich glaube, ein paar wenige gibt es noch. Vicky Leandros, aber auch sie geht jetzt dann in den wohlverdienten Ruhestand, glaube ich. Da sind auch die letzten Konzerte angesagt. Ja, Vicky Leandros war ja auch bei der Schlager-Nacht des Jahres mit dabei. Da war ja sowieso ein grandioses Line-Up. Und Vicky Leandros habe ich in den letzten 14 Jahren, wo ich ja wirklich auch aktiv in der Schlager-Branche unterwegs bin, nicht kennenlernen dürfen. Aber auf der Waldbühne Berlin bei der Schlager-Nacht des Jahres war es dann endlich soweit, dass wir sie ansagen durften, dass sie vor Ort war. Und es war für mich natürlich auch ein ganz, ganz besonderer Moment. Denn sie hat den Schlager ja mit erfunden, mit geprägt. Und sie hat Hits, die von jung und alt durchweg mitgesungen werden. Und das ist natürlich dann schon was ganz Besonderes gewesen. Aber das ganze Line-Up war kunterbunt gemischt. Junge Künstler, ältere Künstler waren dabei. Vicky Leandros, Michael Holm gehörten natürlich mit zu den Älteren. Aber auch eine Vanessa Mai war da, ein Ben Zucker, eine Michelle, Eric Philippi. Das sind ja wirklich schon gute Namen, die da wirklich auch zeigen konnten, was sie drauf haben. Und das hat die Sendung auch so speziell gemacht, so besonders gemacht. Wer es verpasst hat, der kann es natürlich auch gerne bei der RTL-Mediathek RTL Plus nachschauen. Und ja, also es hat einen Megaspaß gemacht. Und ich freue mich jetzt schon auf die Veranstaltung am 13.9. in Wittenberge. Und ja, ich lasse das alles auf mich zukommen. Und ich muss sagen, ich liebe es auch ein bisschen, mal auf der anderen Seite zu stehen und auch einfach mal eine schöne Ansage für meine Kollegen vorbereiten zu dürfen. Denn damit hat man ja auch schon direkt ein ganz anderes Gefühl. Wenn man hinter der Bühne steht, ich kenne natürlich die Seite des Künstlers, und man wird toll anmoderiert, dann geht man schon mit einem ganz anderen Gefühl auf die Bühne. Und da derjenige zu sein, der das auch mal so ein bisschen vorbereiten darf und den Weg ebnen kann, bis dann einer rauskommt, das ist schon was Besonderes. Und zusammen mit Steffi Bruns funktioniert das einfach wunderbar. Das glaube ich. Und das wird auch hoffentlich weiterhin gut gelingen. Und natürlich brauchen wir solche Sendungen. Ich denke mal, im deutschen Öffentlich-Rechtlichen, da wird es ja eh immer weniger. Da haben wir bloß ein paar wenige. Und ja, wenn man zurückdenkt, was es früher alles gab, da fällt es. Und eine Plattform, gerade auch für die Jüngeren, ich glaube, die brauchen wir ganz unbedingt. Definitiv. Also die Gespräche habe ich in den letzten Wochen zur Haupt geführt, dass ich wirklich auch sage, ich kann von Glück reden, dass ich damals 2011 der erste Schlagersänger bei Deutschland sucht den Superstar war. Ich habe ja im Prinzip den Weg geebnet für Beatrice Egli, die ja dann zwei Jahre nach mir gewonnen hatte. Aber Beatrice und meine Wenigkeit, wir hatten natürlich durch diese Plattform eine Riesenmöglichkeit der großen Masse auch vorgestellt zu werden. Und wenn wir jetzt unterwegs sind, dann lerne ich so viele junge, tolle Talente kennen, die wirklich auch live richtig was abreißen und drauf haben, stimmlich, die aber einfach kaum die Chance bekommen, dem großen Publikum präsentiert zu werden, weil es einfach diese Plattform so nicht mehr gibt. Und deswegen bin ich wirklich glücklich, dass jetzt zum Beispiel meine Schlagerliebe RTL Up sagt, hey, wir sind zwar nicht der große Sender RTL, der Schwester Sender RTL Up, aber wir versuchen natürlich jetzt da was Großes draus zu machen. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut, aber ich glaube, wir können ganz zufrieden sein, so wie es jetzt läuft. Und wir arbeiten mit einem großen, tollen Schlager verliebten Team daran, dass es noch größer wird, um natürlich auch neue Plattformen zu eröffnen, wo dann halt auch mal junge Künstler, die noch nicht die Möglichkeit hatten, in eine große Fernsehsendung zu kommen, ja in eine Fernsehsendung kommen können und einfach sagen und zeigen können, hey, mich gibt es auch und meine Musik ist auch nicht schlecht. So ist es, so ist es. Wie viel Mitspracherecht hast du da in dem Fall? Darfst du auch ein bisschen mitbestimmen, welcher Künstler rein soll oder welches vielleicht junge Talent vielleicht dir am Herzen liegt oder wie auch immer? Natürlich ist es so, und das finde ich wirklich grandios, dass ich nicht nur als Moderator da agiere, sondern sie sagen halt auch, wir haben dich ja mit ins Boot geholt, weil wir möchten nicht einfach nur einen Moderator haben, dann hätten wir dich nicht nehmen müssen. Nein, wir wollen natürlich auch einen haben, der aus der Schlagerszene kommt und im besten Falle selber auf der Bühne steht und natürlich auch so ein bisschen Backgroundwissen hat, die die Kollegen auch kennt. Und da ist es natürlich so, dass wir im Team zusammensitzen. Natürlich kann ich meine Wünsche äußern oder mal sagen, hey, wie wäre es denn mal mit der oder wie wäre es denn mal mit dem? Habe ich gesehen, die machen das super. Und dann diskutiert man darüber und letztendlich wird dann entschieden im ganzen Team, wer jetzt da reinkommt. Und das finde ich halt wirklich so toll, dass man einfach als Team agiert. Jeder gibt sein Bestes dazu, jeder kann seine Ideen äußern. Und das Schöne ist auch einfach, dass die Chefriebe, sage ich jetzt mal, sagt, hey, jede Idee ist gut. Hast du eine Idee, dann leg sie auf den Tisch, sag sie uns, ruf uns an und dann können wir im Prinzip darüber diskutieren, ob was angehen oder nicht. Nur wenn einer die Ideen nicht äußert, dann kann man auch nichts Neues verirren. Ganz genau, das sehe ich auch so, ganz klar. Und hoffentlich viele, viele gute Ideen, auch für dieses Format, dass wir da wirklich nicht nur kurzfristig was haben, sondern durchaus auch vielleicht mal eine längere Schiene da entsteht. Das wäre, glaube ich, ganz wünschenswert. Und das wäre super. Und vor allen Dingen jetzt diese Live-Geschichten, meine Schlager, liebe Live, das soll jetzt wirklich erweitert werden. Wir haben ja dieses Jahr jetzt drei Stück. Das heißt, wir haben angefangen mit der Schlagernacht des Jahres. Dann geht es jetzt weiter am 13.09. in Wittenberge. Und im Dezember ist ja dann auch wieder in St. Anton die Aufzeichnung, schön im Schnee, dick eingepackt. Und das sind dann drei Live-Sendungen. Und nächstes Jahr, so ist der Plan, sollen es noch mehr werden, dass man halt auch nicht wirklich diese Studio-Atmosphäre hat. Wie es ja oftmals ist, sondern wirklich dieses Live-Feeling auch hat. Und die Künstler die Möglichkeit haben, auch live ihre Performances abzugeben. Weil oftmals ist es ja so, dass auch einiges Vollplayback gemacht wird. Aber so ein Live-Feeling, wo die Künstler auch wirklich live performen, das Publikum live zu hören ist, ist nochmal ein besonderer Prickel und zeigt natürlich dann auch die Qualität der Künstler. Wo man dann auch wirklich sagen kann, siehst du, diesen Künstler hat es vielleicht gar nicht auf dem Schirm, aber du siehst, wie gut er singen kann und du siehst, was er für einen tollen Job macht. Und natürlich so alte Hasen wie Michael Holm sind dann vor Ort und die kennen es gar nicht anders. Damals bei der Hitparade, da warst du im Fernsehen und da hattest du live zu singen. Richtig, so ist es ganz genau. Wann stehst du musikalisch jetzt wieder auf der Bühne? Wo bist du überall? Musikalisch stehe ich ja Gott sei Dank jedes Wochenende auf der Bühne. Deswegen kann man gerne auf meine Homepage gehen, norm-langen.de. Da stehen die Termine alle drauf. Oder natürlich Social Media, ganz wichtig. Instagram, Facebook, da wird immer gepostet, wann ich unterwegs bin. TikTok habe ich mittlerweile auch. Das ist ja eher so für die jüngere Riege, aber auch die Älteren kommen da manchmal so langsam mehr ran. Ich bin auch fleißig dabei. Das war am Anfang nichts für mich, aber es wird immer wichtiger. Sie sind zeitintensiv, gell? Es ist zeitintensiv, ja. Und man muss sich halt auch mal wirklich trauen, albern zu sein. Also es ist ja so, dass man doch noch irgendwie daran gewöhnt ist, ein bisschen Kontenanz zu bewahren, ein bisschen Etikette zu bewahren. Und die Zeiten haben sich dahingehend ein bisschen geändert. Und man will ja auch das junge Publikum ein bisschen mitnehmen und sagen, hey, der Schlager ist modern, der Schlager hat einen guten Sound. Und der Schlager macht Spaß und ist lustig. Und das muss man dann natürlich auch ein bisschen oder kann man mit TikTok dann transportieren. Und ich bin ja jetzt auch bei Universal und bei dem neuen Plattenlabel. Und die haben halt auch gesagt, Norman, wir wissen, dass du nicht so der Social Media Typ bist, aber daran müssen wir arbeiten, es wird immer wichtiger. Und ja, da sind wir jetzt dran. Und ich muss sagen, umso öfter man es macht, umso einfacher wird es auch. Und wenn es einfacher wird, dann macht es direkt viel mehr Spaß. Das glaube ich unbedingt, genau. Also nach Namen lang suchen, da findet man dich, der Name ganz einfach eingeben. Vielleicht noch ein Hashtag davor, dann geht es noch schneller. Jawohl. Und jetzt natürlich Sommer, wie sieht es bei dir noch aus? Gibt es noch ein paar Tage Freizeit oder kommt es erst dann im Herbst, wenn alle wieder sozusagen arbeiten gehen? Also im Herbst ist es tatsächlich so, dass ich dann so langsam wieder ein bisschen Freizeit bekomme. Bis dahin nicht, Gott sei Dank. Das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Ich meine, wir haben ja in den letzten Jahren einiges an Durststrecken hinter uns. Und von daher bin ich ganz froh, dass es so läuft, wie es läuft. Aber der Vorteil als Schlagersänger ist ja wirklich, und da muss man auch ehrlich sein, dass wenn man nicht gerade an Titeln arbeitet, ja doch in der Woche viel Zeit hat, andere Dinge zu machen. Und somit bin ich dann der Hausmann, der dann guckt, dass im Garten wieder alles funktioniert, ja, oder ein Zimmer renoviert wird. Und am Wochenende geht es dann wieder auf die Bühne. Hausmann, apropos, wenn du sagst, wird dann auch gekocht? Gekocht? Ja, hin und wieder tatsächlich, aber seltener, weil der kleine Mann von uns im Kindergarten ist. Meine Frau ist arbeiten und ich mache mir dann immer einfach nur so eine Kleinigkeit. Aber er hat jetzt momentan Ferien und dann wird auch gekocht, ja, tatsächlich. Ja, gut. Ich mache im Prinzip alles, alles, weil meine Frau halt über Tag arbeiten ist, das ist der Deal. Und das finde ich auch nicht mehr als fair, außer bügeln. Also kann ich auch, aber ich brauche halt Ewigkeiten dafür. Und als meine Frau dann irgendwann mal gesehen hat, wie ich da am Brett gestanden habe, hat sie gesagt, okay, das ist eine Sache, das kannst du definitiv nicht. Das lassen wir dann mal sein. Und Fenster putzen auch nicht. Ich habe es vor zwei Wochen mal versucht, wollte ihr eine Freude machen im Schlafzimmer und war so stolz, wie toll die Rahmen aussehen und die Fenster. Und dann kam die Sonne raus und dann hat sie gesagt, okay, auch das lässt du dann wohl besser. Aber, naja, gut. Ja, that's life, das ist das Leben. Man muss ja auch was abgeben können, gell. Ja, und das sind Sachen, die gebe ich gerne ab. Sehr schön. Ja, ich hoffe, wir sehen uns irgendwo auch bald mal wieder live, sozusagen. Vielleicht klappt es ja irgendwo bei einer Sendung mal dabei zu sein, wie auch immer. Oder bei einem Auftritt mal wieder. Würde mich freuen. Und, ja, na, wünsche ich dir für deine bevorstehenden Pläne alles, alles Gute. Ist auch wieder ein Album geplant? Tatsächlich haben wir von der Albumproduktion jetzt erstmal Abstand genommen, weil natürlich die Zeiten, das Album... Ist auch nicht mehr so, genau. Genau, also damals, ich durfte die Zeiten ja noch kennenlernen, als Alben produziert wurden, wirklich physisch in der Hand waren, die man signiert hat, wo ein schönes Booklet drin war, wo die Texte drin standen oder irgendeine Beschreibung über die Person. Und es hat sich einfach alles total geändert. Und ich finde es einfach sehr schade, wenn du ein tolles Album produzierst, und da rede ich nicht nur von mir, sondern auch von ganz vielen Künstlerkollegen, wo dann so viele tolle Songs drauf sind, die einfach nirgendwo gespielt werden oder verschütt gehen, weil sie dann nirgendwo auf einem Album verstauben. Und deswegen haben wir jetzt auch ganz klar den Weg mit Universal gewählt, einen Single-Deal zu machen, dass wir jetzt wirklich erstmal ein paar Singles auf den Markt bringen. Und dann schaut man halt, wie entwickelt sich das. Und dann könnte man darüber nachdenken, nochmal ein Album rauszuschießen. Aber ich denke, und da bin ich realistisch, dass es wahrscheinlich bei den Singles bleibt. Ja, sind einfach auch durch die ganzen Streamings, klar, verbreitet sich das natürlich viel, viel mehr. Ganz klar. Ja, und man muss auch sagen, die Tonträgermalkte, wie gerade hier Mediamarkt, Saturn, die haben ja kaum noch CD-Abteilungen, aber die haben wir weniger. Also ich bin Musiker durch und durch und ich liebe, was ich tue, aber ich muss ehrlich zugeben, ich habe hier auch keinen CD-Player mehr zu Hause. Ja, genau. Also es ist dann alles über, ich will jetzt keine Namen nennen, aber wie nennen sie sich, Alexa, Google und so weiter. Ja, da sagst du, spiel das und das und dann wird es dann halt gespielt. Meine Eltern drüben auch, selbst mein Opa, 86 Jahre alt, der spricht dann halt nur noch mit Alexa und die spielt dann den Song, den er hören will. Und ich habe genau ein Laufwerk und das ist hier auf meinem Schreibtisch, aber auch nur, um alte Daten-CDs, die ich noch von damals von irgendwelchen Songs oder so habe, lesen kann, damit ich sie nicht ganz verlieren. So ist es, so ist es, ganz genau. Na gut, okay, dann wie gesagt, herzlichen Dank an dich. Danke, dass du mal wieder dabei warst. Ich habe zu danken. Jetzt ist natürlich noch Olympia, ich denke mal, da wird man auch hin und wieder noch ein Auge draufwerfen, oder? Absolut, also ich finde es ein bisschen schade, dass ich so gar nichts mitbekommen habe, weil ich einfach jetzt so eingespannt war, aber ich liebe das ja tatsächlich, die verschiedenen Sportarten zu beobachten, fieber da auch immer mit und ich war ganz traurig, dass ich das Opening nicht sehen konnte, weil ich bin ja ein riesiger Fan der guten Musik und da gehört natürlich auch Céline Dior dazu und wir wissen ja alle, die sich so ein bisschen mit Musik auseinandersetzen, dass Céline Dior ja wirklich schwere Jahre hinter sich hatte und dass die tatsächlich da auf dem Eiffelturm stand und so rausgehauen hat und so gesungen hat, das hat mich wirklich schon bewegt und ich konnte es nicht live erleben, ich musste es mir dann nachher im Stream anschauen, dann sind wir wieder beim Streamen. Aber da bin ich wirklich froh, dass so eine grandiose Sängerin, ich glaube 56 Jahre ist sie alt, doch nochmal den Weg auf die Bühne gefunden hat, finden durfte und das sind dann so Sachen, die finde ich dann schade, gerade wenn das so groß gemacht wird wie bei Olympia. Okay, also in diesem Sinne nochmal danke, schönen Sommer für dich und alles, alles Gute. Finde ich auch. Grüßt die Familie und wie gesagt, das nächste Mal hoffentlich wieder live. Und vielleicht mit gemachten Haaren. Die sind wahrscheinlich noch von deinem Tauchversuch da gestern. Ja, sie sahen ein bisschen düst aus und da habe ich mir gedacht, dann zieh besser doch die Kappe an, ich wollte dich ja nicht verschrecken und jetzt haben wir es einfach so gemacht. Alles gut, alles gut. Okay, mach's gut, den Zuschauern herzlichen Dank fürs Zuschauen und natürlich Norman Langen irgendwo im Social Media aufsuchen, die CD beziehungsweise den neuen Titel downloaden, auf allen Plattformen natürlich erreichbar. Warum hast du nicht Ja gesagt? Warum hast du jetzt nicht Ja gesagt? Warum? Ich sage sehr oft Ja. Okay, alles klar. Nee, er hat auch Ja gesagt, sonst wären wir jetzt heute nicht hier gewesen. Alles klar. In diesem Sinne, mach's gut und Schlusswort jetzt von dir. Also erstmal vielen lieben Dank für die Plattform, dass wir so nett quatschen konnten, dass ich nochmal sagen konnte, was mir auf dem Herzen liegt. Es macht immer wieder Spaß, mit dir zu quatschen und ich hoffe natürlich, dass es den Zuschauern gut gefallen hat. Besucht mich auf den Social Media Kanälen oder bei dir live auf Dritten. Die Zuschauer von YouTube haben jetzt die Möglichkeit, entweder eines der empfohlenen Videos anzuschauen oder gar unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Ich wünsche gute Unterhaltung.